Gerade lang gediente Paare können noch ziemlich viel von ihrer Beziehung erwarten. Es ist ein großes Missverständnis, dass die Menschen denken, es muss so bleiben wie am Anfang. Das würde gar keiner aushalten. Diese akute Verliebtheit, das ist fast ein klinischer Zustand, wo man, wenn man das auf Dauer hätte, ins Krankenhaus müsste. Man ist aufgeregt, dieses Kribbeln im Bauch, diese Unruhe, bis man den anderen sehen kann. Also das ist was, was typisch für diese erste Phase der Verliebtheit ist, aber was eben auf Dauer nicht auszuhalten ist und auch gar nicht das ausmacht, was eine lange Beziehung ausmacht. Es ist eher dann so, dass man so bei längeren Beziehungen, erst recht bei ganz langen, dann dafür ganz andere Dinge gewinnt und dazu bekommt. Und das kann einen wärmen wie so ein inneres Kaminfeuer. Das ist so eine Art Verlässlichkeit, Vertrautheit, eine Nähe, ein sich kennen. Das sind oft leichte Berührungen, die einen dann vermitteln, der andere ist da. Man ist sich nahe, man muss nicht mehr alles aussprechen. Kann man, aber muss man nicht. Und das sind dann fast Werte, die werden so für selbstverständlich genommen, aber sind es eigentlich gar nicht. Und die sind auch nicht das, was man am Anfang einer Beziehung unbedingt schon hat, sondern das ist sozusagen erst der reife Zugewinn der späteren Jahre. Und das ist auch etwas, weil es eben viele Phasen in der Liebe oder in Beziehung gibt, wo man sich auch vielleicht darauf einlassen sollte, dass dann eben noch ganz viel Neues und Anderes kommt und verschiedene Entwicklungen und dass es das wert ist, so lange auszuhalten und das mitzumachen und mitzunehmen. Ja, wenn Menschen zusammenkommen, wenn sie verliebt sind, dann erwarten sie oft, dass ihre ganze Liebe lang so ein rosa-rotes Bällebad der wohligen Emotionen ist und dass es immer so weitergeht. Das geht eben auch schon allein biochemisch nicht, so von den Bindungs- und Liebes- und Sehnsuchts- und Nähe-Molekülen und wie man sie alle nennen möchte. Da sind Oxytocin und Dopamin die wichtigsten. Es gibt aber noch eine Menge andere. Und man kann das eigentlich bei fast allen Beziehungen sehen, dass das etwas ist, was von dem ersten Zusammenkommen, dann so bis zu anderthalb Jahren, 18 Monaten immer weiter absinkt und dann eigentlich bis zum vierten Jahr ganz auf dem Tiefpunkt ist. Also eigentlich müsste man nicht vom verflixten siebten Jahr, sondern vom verflixten vierten Jahr sprechen. Und das ist auch eine Erklärung dafür, warum gerade bei jüngeren Menschen so zwischen 15 und Anfang 30 vielleicht, da sind ganz viele Beziehungen sind dann nach vier, fünf, sechs Jahren beendet, weil die diesen Übergang aus der akuten Verliebtheit, aus diesem leidenschaftlichen, romantischen, man will immer zusammen sein, immer übereinander herfallen, sich sehen, berühren, jede Minute miteinander verbringen, weil die diesen Übergang dann sozusagen in die Mühen der Ebene oder in das, was danach kommt, nicht hinbekommen und denken, komisch, dieses romantische Leidenschaftsgefühl ist nicht mehr da, also ist das nichts mehr. Und sie machen dann Schluss. Also finde ich ein ganz faszinierendes Phänomen, gerade diese vier, fünf Jahresgrenze. Das ist oft so ein entscheidender Punkt, über den es hinwegzukommen gilt. Ja, viele Paare verwechseln Langeweile mit Lange Liebe. Dabei ist das, was sozusagen als Langeweile empfunden wird, oft sind das ja einfach ganz liebenswerte, schöne Rituale, Gewohnheiten, die man zusammen hat. Da kann man natürlich klischee-mäßig sagen, er bringt ihr den Kaffee ans Bett oder sie macht bestimmte Dinge für ihn. Aber es gibt ja ganz viel, was sich so eingeschliffen hat mit der Zeit und was man eben nicht als negative Macke, sondern als schöne gemeinsame Errungenschaft sehen kann. Also als ein Zugewinn von beiden. Und also sozusagen Gewohnheit, Gewöhnung, das muss nichts Negatives sein. Es ist natürlich jetzt eher so, gesellschaftlich will man immer irgendwie was Neues, entwickel dich weiter, lebenslanges Lernen. Also die ganzen Signale gesellschaftlich, die vermitteln einem natürlich, dass ständig was Neues kommen muss. Aber das ist gerade in emotionalen und in Liebesdingen eigentlich der sichere Weg ins Unglück. Deswegen habe ich in meinem Buch auch sowas wie toxische Zweifel und Tabufragen aufgeführt. Wenn man also ständig am Vergleichen ist, liebe ich diese Frau eigentlich noch? Ist der Typ eigentlich noch was für mich? Ist der andere nicht viel attraktiver? Ist die nicht viel intelligenter? Was habe ich eigentlich davon? Also wenn man ständig so ein Kosten-Nutzen-Berechnung aufmacht, dann hat man eigentlich schon verloren. Und um kurz zu der Frage zurückzukommen, wie man erkennt, ob es lange Liebe oder Langeweile ist. Wenn es Langeweile ist, dann ist das eigentlich auch ein fehlendes Interesse aneinander. Dann ist man nicht mehr neugierig, dann schätzt man dem anderen nicht mehr das, was man daran hat, sondern das ist oft so ein destruktiver, niederziehender Blick. Also aus der rosaroten ist dann eine grau getönte Brille geworden. Und wenn das dann noch einhergeht mit so Abwertung und mit irgendwie Verächtlichung, Verächtlichmachung, genervt sein und ständig eigentlich negativen Gedanken, die auch im Streit oder in der Auseinandersetzung sich zeigen, dass eigentlich nur noch so Begriffe wie immer machst du, nie tust du, ständig willst du, permanent fragst du, also diese Verallgemeinerung, die eigentlich ja eine Degradierung und Schlechtmachung sind, wenn das sowas ist, dann sind das so erste Alarmzeichen. Ein zweites ist noch, viele Menschen denken, wenn sich Paare streiten, da ist Zoff, das geht nicht lange gut, die bleiben nicht lange zusammen. Im Gegenteil, wer sich streitet, wer sich auseinandersetzt, wenn es nicht völlig bis aufs Blut und destruktiv ist, der hat noch Interesse füreinander. Die Alarmlampen sollten dann angehen, wenn es ruhig wird, wenn man sich nicht mehr über den anderen aufregt, weil Streitkonflikte, die signalisieren noch, da ist noch Interesse, man will noch was ändern, zusammen und auch mit dem anderen. Also es ist naheliegend oder verständlich, dass in vielen langjährigen Beziehungen auch die Lust auf sexuelle Abwechslung dann da ist oder wächst, aber offene Beziehungen funktionieren meistens nicht, weil es dann eben doch oft ein asymmetrisches Verhältnis zwischen dem Paar ist, dass dann der eine doch mehr gekränkt ist als der andere oder eben die Verletzungen größer sind und das führt dann meistens zu Durchzug. Wichtig ist auch noch, dass es eine wichtige Frage ist, ob man wirklich darüber reden möchte miteinander, weil häufig kann das sozusagen Ausbrechen in eine kurze Affäre hat oft gar nicht die Bedeutung, die es im Gegensatz aber hat, wenn man darüber redet und den anderen dann stark verletzt oder kränkt. Also es ist ja auch nicht immer so geboten, dass für den Erhalt der Beziehung es unbedingt dann nötig ist, darüber dann in aller Ausführlichkeit zu reden. Manchmal ist es auch so, dass wenn sowas vorgekommen ist oder beide vielleicht ihre Abenteuer und Affären hatten, dass es danach sogar das Paar wieder stärker zusammenschweißt, weil es irgendwie dann merkt, was es aneinander hat und dass das andere eben wirklich nur mal eine Abwechslung war oder sozusagen, ja, es wird natürlich manchmal auch als so eine Art Nachreifen in fremden Betten verstanden, dass man dadurch sich noch weitere Erfahrungen holt, die der eigenen Persönlichkeit dienen. Aber das ist eigentlich ein ziemlich egozentrischer Blick und man sollte sich vielleicht auch von dem Ideal verabschieden. Frauen denken ja manchmal, sie wünschen sich so eine Mischung aus George Clooney und Elon Musk und dem netten Wuschelkopf, der die Gemüseküste vor die Tür stellt und Frauen und Männer wollen so eine Mischung aus Mutter Teresa und Penelope Cruz und einem bulgarischen Unterwäschemodel. Und das kann natürlich kein Mann und keine Frau diese Ideale erreichen. Und da sollte man eher wissen und schätzen, was man aneinander hat. Und da ist dann oft ja auch die körperliche Liebe auch schön, auch wenn man nicht mit dem Supermodel zusammen ist, sondern dafür andere Vorzüge dieses Mannes oder dieser Frau dann sieht. Also das Problem der Stones-Generation ist, dass sie so wahnsinnig selbst bezogen und narzisstisch ist und eitel Egoman, muss man schon fast sagen, wie keine Generation vor ihnen. Also diese so zwischen 1945-50 und 1970-75 Geborenen, die haben natürlich viel erreicht und glauben auch, dass sie quasi allein die sexuelle Revolution angezettelt haben, dass sie Deutschland von dem Nazi-Muff befreit haben, der noch in der Bundesrepublik vorhanden war, dass sie viele Dinge geschafft haben. Und keine Generation vorher hat auch so gelernt, das ist ja zum Teil zum Klischee geworden, über die eigenen Gefühle und Betroffenheiten zu reden. Und jetzt sitzen sie halt auch an vielen Schalthebeln dieser Republik und sind aber in dieser Selbstbezogenheit immer noch ganz, ganz stark verhaftet. Das heißt, die sind jetzt mittlerweile in den 50ern oder 60ern und haben dann immer noch so dieses Gefühl, das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss doch noch was kommen. Ich will doch mehr vom Leben, weil das die Triebfeder ihre ganze Existenz lang schon eigentlich war. Dieses Ich will alles und ich will alles und zwar sofort hat, glaube ich, Gitte in den 80ern gesungen und Konstantin Wecker, genug ist nie genug. Also da gibt es ja auch ganz viel solche paradigmatischen Äußerungen und ja, Pamphlete kann man fast sagen. Und die kommen dann am ehesten dazu, dass sie sagen, okay, was habe ich denn jetzt noch von dieser Frau, von diesem Mann? Was bringt mir das noch? Ist jemand anders nicht irgendwie viel attraktiver? Und das kann man vergleichen mit manchen 50-Jährigen, die so Bucketlists aufstellen. Also ich will eigentlich noch mal im Holzfass die Niagarafälle runter. Ich muss noch mal um Patagonien paddeln. Ich will noch nach Tibet. Ich will noch das erleben, den kennenlernen, mit der Frau, mit dem Mann schlafen. Und solche Listen, die man abarbeitet, um das eigene Leben zu erfüllen, das ist eigentlich der sichere Weg ins Unglück, weil man dann ständig das Gefühl hat, ich habe ja was verpasst. Es ist nicht genug. Es reicht nicht. Und statt sich wie andere Generationen vorher in diesem Alter irgendwie milde, genüsslich, lächelnd zurückzulehnen und das zu genießen, was man schon hat und vielleicht auch geschafft hat und mit dem anderen Menschen hat, ist dann eigentlich eher so ein permanent bohrender Zweifel da, der sagt, nee, da muss noch was kommen. Und das führt dann eigentlich dazu, dass eben eine große Unzufriedenheit und eine große Unruhe da ist, die dann eben zu allerlei Übersprungshandlungen, zu seltsamen Affären und anderen absurden Äußerungen so mittelalter Menschen führen kann. Naja, Best-Ager, Silver-Ager und solche Begriffe, das sind natürlich Marketingbegriffe für diese Generation, die mittlerweile eben auch die kaufkräftigste und vor allen Dingen auch die, die mengenmäßig die größte ist. Das ist der geburtenstärkste Jahrgang überhaupt in Deutschland. Das ist der von 1964 und die anderen in den 60er Jahren waren auch bis zum Pillenknick sehr stark. Die sind jetzt alle in einem Alter, wo sie noch viel Geld haben, viel konsumieren können und deswegen möchte man die gezielt ansprechen und macht das dann mit solchen schmeichelnden Begriffen wie Silver-Sex, Best-Ager, Silver-Ager. Hinzu kommt aber auch, dass sich unsere Vorstellung vom Alter oder vom Älterwerden in dieser Phase stark gewandelt hat. Also Frauen ab 50, ab den Wechseljahren, die galten noch in meinem Medizinbuch aus den 70er, 80er Jahren war das, glaube ich, wurden die zum Teil noch als Greisinnen verhöhnt. Die waren sozusagen nicht mehr interessant und wenn ich mich ans Fernsehen damals erinnere an die Zeiten, das waren so Heidi Kabel oder diese drei Damen vom Grill, also eher so mütterliche ältere Typen und inzwischen haben wir da ja nun Glenn Close, Kim Basinger oder in Deutschland Iris Berben, also Frauen, die um die 60 oder sogar 70 sind und die noch als sehr attraktiv, begehrenswert, vital oder sogar als Sexsymbol herhalten. Und bei den Männern ist das ähnlich. Das heißt, es gibt auch eine andere Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung dieser Altersgruppe und gleichzeitig mit der vielen Kohle, die sie haben, sind sie eben auch eine attraktive Zielgruppe. Der Run auf die Ehe ist deswegen ungebrochen, weil es natürlich immer noch diese Illusion, diese Vermutung, diese Hoffnung gibt, da hat man den einen, die eine fürs Leben gefunden. Also wir sind halt doch noch unrettbar romantisch, also spätestens seit 1820, 1830, wo dann aus der Zweckehe die romantische Liebe wurde, hängen wir diesem Ideal nach und versuchen das zu erreichen. Das ist natürlich auch eine völlige Überforderung der Liebe und ja, in den großen Städten ist die Scheidungsrate bei etwa 40 Prozent. Da hilft natürlich als Tipp, man muss vor Alpenkulisse oder in Sylt oder auf einer Insel heiraten. Da ist die Scheidungsquote nur bei 12, 13 Prozent oder auch auf Hawaii ist sie auch noch bei 12, 13 Prozent. Noch besser ist die Mongolei, da ist über 1,5 Prozent. Das sind aber alles, mit Ausnahme der Mongolei, statistische Tricks. Also das sind ja, die letztgenannten Orte sind beliebte Heiratsziele. Das heißt, die Leute heiraten dort. Aber wenn sie sich dann trennen, dann sind sie halt wieder zurück in Gummersbach oder in Idar-Oberstein oder in ihren Orten, aus denen sie herkommen. Deswegen haben diese touristisch beliebten Hochzeitsziele, haben die eine deutlich bessere Quote. Aber die ernste Antwort ist, es ist das romantische Ideal, diese Überfrachtung, die Hoffnung, das ist es jetzt und sich endlich mal fallen lassen, den Traumprinzen, die Märchenprinzessin zu haben und festzuhalten für immer. Alte Liebe hat einen großen Nutzen in vielerlei Hinsicht. Also das eine sind diese sozialen, psychologischen Aspekte, dass man sich einfach dann auf Dauer aufgehoben fühlt, dass es auch gelingen kann mit der PR-eigenen Abteilung im Kopf. Also man kann ja selber die Wahrnehmung des Anderen prägen und da kann man eben auch sozusagen das, was vielleicht zu einer Marotte zum Ärgernis werden kann, auch als liebenswerte Eigenschaft sehen. Also es geht oft auch einfach darum, die Dinge anders zu sehen. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Also einen anderen Blick auf das zu haben, was man vielleicht am Anfang auch ganz toll und ganz charmant und ganz attraktiv fand, nämlich wenn da er vielleicht eine Runde prima unterhalten und plaudern konnte und inzwischen ist man dann als Frau langsam genervt, immer macht er die gleichen Witze und erzählt, er muss im Mittelpunkt stehen oder sie hat eine bestimmte Eigenschaft, die er am Anfang furchtbar charmant und reizend fand und ihm jetzt auf die Nerven geht und sich dann zu erinnern, was mal am Anfang das war, was einen daran so fasziniert hat, das kann extrem hilfreich sein. Und dann gibt es so ganz nebenbei, das ist auch ein praktischer Aspekt, man weiß aus Dutzenden, wenn nicht Hunderten Untersuchungen mittlerweile, wie gesund es ist, für verheiratet zu sein. Also rein aus egoistischen Gründen könnte man schon auch sagen, man lebt länger, es gibt weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle, andere garstige Erkrankungen. Wenn man krank wird, heilt er schneller, man wird schneller gesund, wenn man in einer Beziehung zusammenlebt, muss man nicht verheiratet sein, aber eine feste Beziehung. Allein dieses Wissen, da ist jemand, der sich kümmert, da ist jemand, um den man selbst sich kümmert und sorgt, man ist für etwas, für jemanden, für das Gemeinsame verantwortlich. Das ist nicht nur Wohltun, sondern über dieses innerliche Wohltun auch unglaublich gesund. Und deswegen lohnenswerte Geschichte. Heute Untertitelung des ZDF, 2020